Hallo und guten Tag. Jetzt haben wir bei HS mal drei Generationen der S-Klasse von Mercedes. Ganz neu, geht aber erst morgen ins Netz, 280 SE, Baureihe W108, dann die schon bekannten W116, beides auch 280 SE und die auch schon bekannte 280 SE W126 S-Klasse. Echt mal schön zu sehen, alle drei Generationen hier bei uns unter einem Dach. Vielen Dank.